Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Im letzten Part haben wir angefangen, die Basis anzugreifen auf Weirmaier. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Ich bin hier runtergegangen, da ich wirklich alles erforschen möchte und das jetzt auch tun werde. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's einfach wieder raus. Das klingt gut, das klingt gut. Gut, okay, dann gucke ich nochmal ganz kurz, ob auf der anderen Seite noch was war. Und dann kann's weitergehen. Oh, das Spiel macht richtig viel Spaß. Es ist echt ein Shooter ein bisschen, aber es ist sehr taktisch. Es ist ein bisschen ein taktischer Shooter, also was heißt sehr taktisch? Es ist halt ein bisschen taktisch. Kann ich da runterkrabbeln? Nein. Gut, hier ist auch nichts mehr. Und ja, dieser Mix zwischen Rollenspiel und Shooter, der ist einfach perfekt, muss ich sagen. Also mir macht es wirklich so viel Spaß. Ich mag Rollenspiele, ich mag Shooter und beides gemischt ist einfach nur awesome. Und ja, dieses Spiel ist echt genial, muss ich sagen. So, hier ist eine Sackgasse, hier liegt aber irgendwas, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau. Munitionsupgrade, Munitionsupgrade. Nehmen wir natürlich mit und gucken gleich mal. Synthetisch, organisch. Nehmen wir mal synthetisch. Ja, nehmen wir mal synthetisch. So. Perfekt. Ja, ja, ja. Ich habe den Timer nicht resettet. Zwei Minuten abziehen. Und speichern. Speichern darf ich nicht vergessen. Okay, da sehe ich gerade keinen. Und ich glaube hier ist... Wo führt dieser Weg hin? Aha, das ist einfach nur eine Verlängerung über die Tankanlage. Da werden wir natürlich lang gehen. Tankanlage wegsprengen kann unseren Freunden nur helfen. Ein Gehtflieger. Er scheint aufzutanken. Was tankt der denn auf? Äh, darf ich da mal kurz durch? Danke. Wir möchten die Gehtflieger nicht. Na, wisst ihr was? Da setze ich die Hurricane ein, ey. Wenn da noch einer ist. Ja, gut. Bringt nicht so viel auf Entfernung. Ja! Die Flieger sind vernichtet. Perfekt. Ähm. Hier müssen wir... Was hat sie denn immer für Probleme? Hier müssen wir, glaube ich, die Sprengladung legen. Oder nein? Die müssen wir einfach wegsprengen. Ähm. Könnt ihr bitte mal... Danke. Bäms. Perfekt. Perfekt. So, nochmal unten gucken. Mache ich ja immer. Hehe. Hier ist bestimmt noch irgendwas. Irgendwas kleines. Irgendwas. Wow. Den ganzen Weg unten zurück. Jetzt... Da hat's doch bestimmt ein Secret oder so. Irgendwo. Okay. Hier komm ich auf jeden Fall wieder hoch. Auf dem richtigen Weg. Ah. Und hier sind wir wieder am Anfang. Alles klar. Weiter geht's. Da-da-oh. Oh. Der Soundtrack. Ich hoffe einfach mal, ich krieg keine Content-Treffer. Das hatte ich... Schon zweimal übrigens in diesem Projekt. Am Anfang. In der Intro-Cutscene. Und ähm... Während der Erinnerungs-Cutscene... Von der... Asari. Äh... Dort hat's auch Content... Da hat's auch einen Content-Treffer gegeben. Naja. Einfach ein bisschen Brutal Legend Intro Soundtrack Da reingeballert und schon Wurde das nicht mehr erkannt Perfekt ne gewusst wie Und da ist ein Sniper Jetzt helfen uns die Schilde aber auch Oh je ich bin ziemlich down Diese Schutzschilde Ähm Ja ich möchte ja jetzt nix sagen Und äh Find das ja auch okay so aber Nein Einfach nein Jetzt muss ich die nochmal besiegen Okay ist ja kein Thema Schaffen wir ja In null Komma nichts Ein Gehtflieger Ja nicht nur einer Vielleicht sollten wir ihn davon abhalten Die anderen Teams anzugreifen Ja Das wäre eine gute Idee Muss ich doch mal sagen Echt Ähm Das müsste helfen oder Ne es hilft gar nicht Jawohl die haben es down gekriegt Äh da lebt aber noch einer Ja ja der hier jetzt Oh sogar zwei Schön ausweichen Na komm her Aber wie ist der Watt Scheiß drauf Das Ding spreng ich weg Und dann Ist der auch down Jawohl So jetzt aber nochmal speichern Ähm Ja Ich möchte nochmal ganz kurz was gucken Äh Polonium Munition Ja cool Ähm Wegen meinem Anzug Habe ich echt keinen besseren Nein ich habe Die ganzen schlechten verkauft Stimmt ja Da war was Ähm Und jetzt habe ich ein Problem Wegen den ganzen Snipenden Gegnern Ich habe nämlich Keine Chance Die irgendwie Frühzeitig abzuballern Ich treffe die einfach nicht Na Vielleicht kann ich Oh den habe ich getroffen Jawohl Er ist down Okay Vielleicht kriege ich auch noch andere Sniper down Okay Erst nochmal Oh Fehlgeschlagen Okay Jau Solange die Sniper weg sind Ist alles okay Schon wieder Fehlgeschlagen Da ist auch noch einer Oh shit Wie die einfach mal Doppelte Energie haben Ne Voll gemein So Jetzt ist er aber down Und den kriegen wir auch noch Dich machen wir auch noch fertig Hier Ja komm Mach mal Flieg mal ein bisschen rum Bitte Danke Perfekt Ja Richtig so Ähm Gut 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 Kann ich jetzt speichern Wieder Yo Das heißt alle Gegner sind Weg Und Ja Jetzt können wir da reingehen Oder aber Wir gucken uns hier noch ein bisschen um Ich glaube hier hat es auch zwei Eingänge Ne Hab ich vorhin ja gesehen Yo Hier hat es echt zwei Eingänge Ähm Ich will natürlich alles erforscht haben Ist ja klar Da hat es doch bestimmt irgendein Secret Shadow muss nah dran sein Stellung halten Leute Stellung halten Oh Okay Das schaffe ich Okay Das hätten wir geschafft Also hier hat es eine Geheimtür Oder danach kommt ja eine neue Ja da kommt eine neue Instanz Ähm Ich weiß noch nicht so richtig Ich würde ja eher von unten angreifen Aber Ich Erst nochmal hier kurz gucken Ich will natürlich auch nicht Dass ich vielleicht irgendwas Oben verpasse Was wichtig ist Ah das ist echt Das ist blöd Das ist äh Ja Doch blöd Richtig blöd sogar Aber ich denke mal Wenn ich unten schon Entschärfen musste Oder halt Unten überbrücken musste Dann ist dort doch sicher Äh Besserer Weg Oder so Ne Könnte ich mir jetzt vorstellen Oh Na dann halt so Nehmen wir auch alles mit Erstmal Speichern Ähm Ah da kommen wir bestimmt Irgendwie in den Lager In den Lagerraum Oder sowas Ähm Okay Also hier ist glaube ich Der offizielle Weg Ich guck mal was unten ist Ich möchte einfach mal gucken Bitte Ich glaube unten ist der Kleinere Weg Und das ist dann auch optional Erst das ganze Optionale machen Oder bin ich jetzt Richtig in der Annahme Dass wir Ähm Ich glaube hier ist was optional Also gehen wir hier Erstmal lang Bäh Ist ja ätzend hier Mh Da sind nicht gerade Wenig Gegner Ja Das frage ich mich gerade auch Was machen Was machen die Saliarer Äh Jetzt habe ich vergessen Wie man sie ausspricht Ne Die Salianer Keine Ahnung Wir haben Zugang zur Basissicherheit Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Williams und die Salarianer Die haben genug Ärger Deaktivieren sie einfach den Alarm Wir kümmern uns um die Wachen drinnen Ja Äh Ich werde den nicht noch mehr Gegner auf dem Hals hetzen Oh fehlgeschlagen Na gut dann töten wir halt die zwei Saliar Wie auch immer mal die ausspricht Uh Stuff Stuff I want Ach da ist er Komm Stell dich nicht so an hier Kaidan Mehr Stuff zum Looten 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 Ah cool Yeah Okay Nochmal auf die Map gucken Und jetzt sind wir wieder richtig Ich schätze einfach mal Wir kommen jetzt hier raus Und kommen dann direkt ins Büro Äh Okay Mal gucken Mal gucken Speichern Und gucken Oh Okay Zellen Hier können wir nichts looten Äh Die können wir glaube ich aber auch nicht aufmachen Was wollen sie Ich habe ihnen alles gesagt Ich Wer sind sie Allianz nicht wahr Ich wusste jemand würde kommen Es hat versucht mich zu brechen Aber ohne Erfolg Ich habe es ausgesperrt Beruhigen sie sich Ich muss wissen woher sie kamen Private Main Sabot Vom dritten Infiltrationsregiment SDG Sir Wurde vor sechs Tagen während der Aufklärung geschnappt Sehr gern Sir Diese Bastarde fragen nie irgendwas Immer zu flüstern und schubsen Und schneiden sie Ich hätte alles gesagt Nur um rauszukommen Und Rache nehmen zu können Ist doch wohl nicht zu viel verlangt Oder Rache Können sie mir helfen Oder muss ich sie hier raustragen Ich werde ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben Ich will einfach nur hier raus Und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören Hier stimmt was nicht Shepard Wenn wir ihn nicht rauslassen Ist er so gut wie tot Sie müssen was tun Irgendwas Ja Mich hier zu lassen wäre nicht gut Gar nicht gut Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf Flüstern kann laut sein wissen sie Ich muss hier raus Lassen sie mich raus Lassen sie ihn frei Er könnte uns helfen Jawohl Sir Sie werden feststellen Dass ich sehr gut Befehle ausführen kann Sollte ich sein Ich höre sie immer und immer wieder Warum werden sie wiederholt Wo sie doch so simpel sind So verdammt simpel Tja die machen wir jetzt halt alle platt Scheiß drauf Ähm Das war mir irgendwie klar Dass die so reagieren würden Oh Moment Moment Ne Wisst ihr was Ich werde jetzt mal ganz kurz neu laden Auf welcher Taste war denn das Ich möchte mal ganz kurz neu laden Bitte Jo bitte Ähm Wir müssen diese ganze Basis auslöschen Jo machen wir doch auch Die zocken wir alle ab Ich möchte das jetzt zuerst machen Vielleicht heilt es die irgendwie Ich habe ja keine Ahnung was das Teil hier macht So mal gucken Ne macht leider nichts Ähm Es sind nur drei Und da Oh da geht es dann sogar weiter Oh ja 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 Ähm Okay Ich spreche nochmal mit dem So nochmal speichern Das Gespräch müssen wir uns ja nicht mehr anhören Das kennen wir ja schon Was wollen Sie Ich habe Ihnen alles gesagt Wer sind Sie Allianz nicht wahr Ich wusste jemand würde kommen Es hat versucht mich zu brechen Aber ohne Erfolg Ich habe es ausgesperrt Beruhigen Sie sich Private Ist doch wohl nicht zu viel verlangt Oder Rache Können Sie mir helfen Ich werde Ihnen jeden Hier stimmt was nicht Shepard Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden Nein Nein ich muss hier raus Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden Ich will wirklich unbedingt hier raus Um einiges zu erledigen Ich muss hier raus Lassen Sie mich raus Ähm Ich werde jetzt mal Nein drücken Mal gucken Was Passiert Ich kann das Risiko nicht eingehen Kann das Risiko nicht eingehen Auf keinen Fall Ich muss tun was sie sagt Ich muss Lassen Sie mich raus Lassen Sie mich raus Lassen Sie mich Das gab Abtrünning Alles klar Dann werde ich das natürlich noch mal Schnitt einfach Ich werde sie noch mal abballern Um Gutes Ich will kein Abtrünning haben Danke So Ähm Ich habe jetzt kein Abtrünning gekriegt Oder sonst was Und da bin ich auch glücklich drüber Ich will nämlich nicht Abtrünning sein Ich weiß nicht Hätte ich einfach nur Nein gedrückt Was wäre dann passiert Ich habe keine Ahnung Ähm Ich habe jetzt einfach nicht Abtrünning gekriegt Und das macht mich schon glücklich Hihi So Alles klar Bald ist auch der Part vorbei Ihr könntet mir ruhig helfen Jo Zu niedrig schon wieder Alles klar Nehmen wir alles wieder mit So Und jetzt mal ein bisschen Nehmen wir auch alles mit Tali hat die vielleicht Moment Welcher Knopf war das? Oh ne Uh Okay Tali hat einen Punkt Ja Und Kaidan Der hat drei Punkte Äh Weiß jetzt nicht Der soll Automatisch Jo Soll er automatisch machen Und wir Wir werden Weiter sparen Falls hier Irgendwas Neues Zu machen ist Aber zwei Stück Können wir hier rein investieren Würde ich sagen Perfekt Ja Hat sogar geklappt Wunderbar Nehmen wir alles mit Ähm Gut 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 Was haben wir hier? Leichte Dechiffrierung Das sollte ja nicht Sonderlich schwer sein Ja Easy Wieder Kodex gekriegt Und jetzt haben wir Drei Möglichkeiten Unseren Weg Fortzusetzen Wir können ins Sicherheitsbüro Wir können Zu den Arrestzellen Ah und die Tür ist Anscheinend Zu hier Ne Die ist zu Ah ne Die ist überhaupt nicht zu Ähm Da will ich auf jeden Fall Auch noch durch Gehen wir erstmal Zu den Arrestzellen Oder ne Weißt du was Die würden Die würden eh Danach kommen Alles klar Gehen wir erstmal In die Lagerzellen Lagerraum Oh Ich glaube Die sind noch nicht verrückt Ne Die sind noch nicht verrückt Die sind in Gruppen gefangen Die können wir dann Rauslassen Alles klar Okay Ähm Gut 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 So Das können wir natürlich Auch machen Ist ja kein Problem Nehmen Nochmal Sicherung Speichern Können wir leider Nicht Und hier sind auch noch Geht Ne Ja der ist richtig Fett Aber jetzt auch nicht so Die Herausforderung Also wie geht's denn Echt die schlimmsten Wow Wenn die erstmal weg sind Die Salihara Die sind kein Problem Salihara Heißen die wirklich Salihara Ich hoffe doch Die sind nicht so Das Problem Aber diese Freunde hier Die sind scheiße Ich kann fliegen Okay Ähm Gut Ich sag immer gut Ich weiß Es ist gut Dass ich gut sag Und ich konnte speichern Sprich Gegner dürften hier Keine mehr sein Yeah Können wir einfach Alles weg Sprengen Und dort ist noch was Zum Dechiffrieren Vorsicht Leutens Könnt ihr da mal Weg gehen Ich fühle mich Ich fühle mich dann Ich fühle mich dann einfach Sicherer Und dann müssen wir eigentlich schon wieder fast am Anfang sein Ne Okay Hier noch lang Und da sind ja keine Gegner Soweit Ah ok Bis auf eine Textur war hier aber echt nix Okay Gut Wunderbar Like it Dann hätten wir soweit wirklich alles erforscht Gehen wir noch runter zu den Arrestzellen und lassen die frei Diesmal lasse ich sie wirklich frei Medi-Gill Können wir nie genug haben Niemals Und danach geht es ab zum Büro Wir haben alles soweit geschafft Damit Ashley Also Chief Williams überlebt Das heißt wenn die jetzt stirbt Nein Dann bin ich nicht schuld Ich habe alles gemacht was ich konnte um ihr zu helfen Um ihr keine zusätzliche Bürde aufzutragen Oder zusätzlichen Bürden aufzutragen Sehr viele N's in diesem Satz Naja Gucken wir erstmal hier Nochmal speichern Falls ich doch irgendwie was falsch mache Aber ich glaube die sind normal Die sind normal Hallo Sie sind kein Geht Und sie tragen auch keine Laborkittel Dann bin ich wohl froh sie zu sehen Jo Jawohl Der Funkspruch war undeutlich Die Flotte wird nicht kommen Verstehe Dann müssen sie das Infiltrationsteam sein Ich kenne den Captain Er wird wollen dass die Einrichtung zerstört wird Mein Team wurde verändert Indoktriniert Er wusste von der Brutstätte Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung Und weitaus furchterregender Ich musste mit ansehen wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden Es war nichts mehr von ihnen übrig Andere starben während der Experimente Und ich beneide sie darum Ihm vertraue ich tatsächlich Und ich werde nicht weiter fragen Shepard Also Jones ist so einer der Der fragt nicht nach Der sagt einfach Okay bring it on Der hört auf sein Gefühl Und den interessieren die technischen Details Nicht so wirklich Sage ich jetzt einfach mal Und danach wird auch der Part beendet Ich öffne ihnen die Zelle Aber danach sind sie auf sich allein bestellt Sehen sie nicht zurück Vielleicht können sie der Detonation entkommen Eine bessere Chance als die die ich hatte Bevor sie auftauchten Danke Mensch Und viel Glück Sie werden es brauchen Alles klar Dann würde ich sagen Im nächsten Part Gucken wir noch was mit den anderen los ist Die sind anscheinend doch infiziert oder so Keine Ahnung Und jo Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Part Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss